Hallo zusammen! Herzlich Willkommen in unserem neuen Studio Budokan bei Metin Kajar Fitness, Kampfsport und Kampfkunst an der Zollstrasse 58 in Cham. In diesem Video möchte ich euch gerne unser Studio zeigen, wo wir in der letzten Monate sehr intensiv gearbeitet haben. Man kann sagen wirklich Tag und Nacht und ich bin so glücklich, dass ich das mit euch jetzt teilen kann. Ich möchte jetzt mit euch einen Rundgang machen, dass ihr sehen, wie wir es eingerichtet haben. Ich stehe jetzt gerade im Eingangsbereich und gegen das Finchstrasse haben wir insgesamt neue Kardiokräte. Da sehen wir die ersten drei Velos, die wir haben. Dann geht es eigentlich von hier aus den Dora Gang weiter. Da, wenn ihr durch die Tür kommt, haben wir einen kleinen Aufenthaltsbereich, wo wir Kaffee, Tee und Wasser haben. Hinter mir sehen wir vier Laufbänder, wo wir das Fenster gerichtet sind und wollen einen coolen Effekt geben. Und das wären die letzten drei Geräte, die für euch zur Verfügung stehen, die ihr gerne nutzen und schwitzen könnt. So, hinter mir ist jetzt ein Raum, wo wir wirklich mit Liebe eingerichtet haben, ist ein Raum für mich, wo eigentlich die meisten Zeit von meinem Leben verbringen. Dort ist ein Ort von tollen Emotionen, wo wir trainieren und wo viele Leute bestätigen, einen Raum, wo man richtig abstellen tut. Und ich möchte gerne euch das einmal zeigen. Ihr könnt gerne einmal anschauen. Das nennt sich das Dojo und ist japanisch eingerichtet. Und ganz ein toller Ort aus dem Grund, weil ganz viele verschiedene Kampfkünste getrainiert werden. Ganz verschiedene Altersstufen, individuelle Trainings, die auf die Leute angepasst sind. Und ich arbeite für den Bereich, von der großen Freude, die ich habe. Und da bin ihr auch schon eine Dekoration anschaut mit japanischen Waffen und Philosophie. Und das ist einfach ein toller Ort. Und das ist noch nicht alles gewesen, weil was ihr jetzt gesehen habt, was Fitness anbelangt, ist eigentlich der Ausdruckbereich gewesen. Und jetzt gehen wir noch in den Kraftraum rein. Bitte folgt mir doch. So, sind ihr bereit? Genau, und da sind wir jetzt in unserem Kraftraum. Und mit den coolsten Matrixgeräten, die es gibt, haben wir sie eingerichtet. Und ich denke, es ist eine tolle Ambienz auch zum Trainieren. Wir haben an der Wände auch tolle Bilder aufgehängt, wo euch helfen sollten zum Abstellen vom Alltag. Ich hoffe, der Rundgang hat euch gefallen. Wir freuen uns schon sehr, dass wir die Räumlichkeiten mit euch Tyler.com. Danke viel, viel mal. Machen Sie gut und bis bald.